Und wir versuchen es auf Hochdeutsch, wir steigen doch gleich ein ins Thema Participatory Budgeting in unserem aktuellen Jahrhundert. Wir haben es versucht, wir haben es gemacht, wir sind stolz darauf und gerne teilen wir heute, was wir erlebt haben. Die nächste Zeit haben wir daher auch ein bisschen strukturiert. Wir möchten euch eine ganz kleine Introduction geben zu uns, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun. Wir gehen dann auf das Participatory Budgeting ein und dann kommt schon der Hauptteil, auf den ihr euch alle freut. Wie haben wir uns vorbereitet? Was war das überhaupt für ein Event? Was ging dazwischen? Was haben wir gelernt? Was sagen unsere Teilnehmenden? Und dann sind wir natürlich auch sehr gespannt auf eure Meinung. Was habt ihr für Erfahrungen? Was gebt ihr uns mit auf die Diskussion ganz am Schluss? Und ich freue mich auf den Austausch. Zu der Introduction, ein paar Disclaimer vorneweg. Wir sind das Safe Meetup. Das geschieht alles auf dem Scaled Agile Framework. Und wir haben offiziell von Safe auch die Freigabe erhalten, heute über das Participatory Budgeting von Safe angelehnt, an Safe erzählen zu dürfen. Also das ist auch offiziell ein Dankeschön in die Richtung an Safe, die das ermöglicht haben und es auch überprüft haben. Wir haben das Ganze ein bisschen angepasst. Also die Slides, die ihr finden werdet, sind nicht eins zu eins. Das heisst, die Bilder, der Content, das ist Safe Context. Aber wir haben es bei uns angepasst, so wie es für unseren Fall gilt, so wie es bei uns in unserer Firma angewendet wird. Zweiter kleiner Disclaimer. Wir haben alle Beispiele, die ihr sehen werdet, anonymisiert. Also das ist so in echt nicht geschehen, sondern wie gesagt anonymisiert. Die Freunde unter uns, die Alumni, die wissen es, Zylke kauft keine Früchte. Das ist unser Showcase hier. Wir werden kurz darauf noch eingehen, aber auch das sei gesagt. Wir haben, wie erwähnt, die Prozesse und auch die Value Streams für den Fall Zylke adaptiert, so dass wir das heute hier präsentieren können. Wenn ihr unsere Erfahrungen mitnehmen wollt, tut das gerne, berichtet uns davon. Und wir verweisen auch hier für die Dokumentation, für die Templates, für die Implementierung auf Safe. Ihr findet es auf der Safe Webpage. Da findet ihr die Implementierung, wie Safe sie vorschlägt. Nun gut genug für die Einleitung. Wir haben gesagt, wir verkaufen keine Früchte, sondern wir sind der Innovationsdienstleister im Bereich Technologie. Wir sind global unterwegs. Und die Zylke, ihr seht, ihr findet es auf uns auf mehreren Kanälen, in einem unglaublichen Netzwerk, auf der ganzen Welt. Soviel zu Zylke. Und wir tun, was wir tun mit der Mission Empowering Ideas, sei es für Produkte oder auch für Prozesse. Dann noch einige wenige Worte zu mir. Mein Name ist Nadine. Ich bin, wenn ich nicht gleich an Safe Meetups etwas präsentiere, bin ich Projektleiterin, auch im Product Delivery unterwegs. Ich bin SBC und begleite diverse Teams in die Agilität und habe mich generell der Transformation verschrieben. Wo Neues geschieht, da bin ich interessiert und da bin ich dabei. Ihr findet mich auch auf diversen Kanälen. Ich würde mich freuen über ein Connect, damit wir auch in Kontakt bleiben können. Ich bin nicht alleine hier. Ich habe das Participatory Budgeting bei Zylke nicht alleine gemacht. Romano, wer bist denn du? Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich bin Romano Roth. Ich bin der Head DevOps bei Zylke. Ich bin seit 19 Jahren bei der Zylke Engineering dabei. Ich bin direkt von der Universität zur Zylke gegangen. Ich habe dort als Junior Software Engineer gearbeitet, vor allem im .NET-Bereich. Die Applikationen wurden dann immer grösser. Ich wurde Expert Software Engineer, nachher Lead Software Architekt und dann Distinguished Consultant. Und eines meiner Herzensangelegenheiten, das war eigentlich schon immer DevOps. Ich habe mich immer um CICD Pipelines gekümmert, habe mir das angeschaut, habe geschaut, wie man Qualität sichern kann. Und daher habe ich jetzt auch verschiedenste Videos online gestellt. Ihr findet das auf meinen YouTube-Channels. Dort geht es vor allem um DevOps, um Agilität und um Architektur und natürlich auch um CICD Pipelines. Das Thema DevOps begleitet mich auch im Privaten. Und darum bin ich auch der Organisator der DevOps Meetups Zürich. Das ist ein monatliches Meetup, das zurzeit remote stattfindet. Das nächste Meetup findet am 16. Juni statt und geht auch um das Thema natürlich DevOps. Ich bin auch der Organisator der DevOps Days Zürich. Das ist eine jährliche Konferenz, wo wir rund um DevOps machen. Das ist eine zweitägige Konferenz, findet am 7. und 8. September statt. Wir werden das vor Ort stattfinden lassen. Wenn das nicht möglich wäre, würden wir die Konferenz postponen. Wir haben jetzt gerade das Programm zusammengestellt. Und ich kann euch sagen, es ist echt hammermässig. Wir werden es bald publizieren. Ja, damit zurück zu die... Nein, ich bin ja noch weiter dran. Genau. Nun, als allererstes wollen wir natürlich mal herausfinden, welches Problem haben wir denn, Nadine und ich, versucht zu lösen bei der Zölke. Also, ich bin bei der Zölke zu diesem Früchtekomitee gerufen worden, weil die hatten da so ein paar Probleme bezüglich Verteilen von Budget. Ihr seht bereits schon, hier sehen wir die Zölke als Früchtelieferanten dargestellt. Eben, das ist die Anonymisierung, die wir haben. Hier, ihr seht, dass wir Äpfel verkaufen, Bananen verkaufen, Zitronen verkaufen. Das sind natürlich, ich sage jetzt mal, Offerings, das sind Marketingaktivitäten, das sind konkrete Lösungen, die wir anbieten, die jetzt einfach hier anonymisiert sind. Ihr seht auch, dass es dedizierte Teams gibt, die Äpfel verkaufen oder Bananen verkaufen. Und ihr seht auch, dass es so Team X und Y und Z gibt, die, ich sage jetzt mal, da so ein bisschen dazwischen sind, die da im Prinzip auch noch Dinge machen, um uns zu ermöglichen, Äpfel zu verkaufen. Diese Teams, die wollen natürlich, dass Äpfel verkaufen oder Bananen verkaufen, möchten sie verbessern und haben dementsprechend Projekte, die sie durchführen. Und für diese Projekte brauchen die Geld. Diese Projekte sind zum Beispiel, Molekularäpfel zu machen oder blaue Bananen zu verkaufen, anstatt gelbe oder süße Zitronen. Nun, jährlich müssen die diese Projekte einreichen und das Früchtekomitee schaut sich dann diese Projekte an. Und natürlich ist es immer so, dass viel zu viel eingereicht wird. Also diese 100'000, welche auch nicht dem richtigen Budget entsprechen, die reichen bei weitem nicht aus, um alle diese Projekte zu finanzieren. Nun, dieses Früchtekomitee schaut sich über diese Liste drüber, hat selbstverständlich keine Ahnung von Molekularäpfeln oder blauen Bananen und was das ja eigentlich genau soll. Und was macht das Früchtekomitee? Ja, mal alles dividieren durch zwei und dann einfach mit der Gießkanne mal so ein bisschen drüber. Ja, dem noch ein bisschen und den kenne ich ja. Und da können wir vielleicht noch ein paar Franken mehr geben. Niemand ist zufrieden damit. Es herrscht eine grosse Unzufriedenheit. Und das ist im Prinzip eigentlich so ein bisschen das Hauptproblem, das wir versuchen zu lösen hier. Nun, eine mögliche Lösung ist Partizipatory Budgeting, respektive der Portfolio Level von SAFE. Next. So, was ist denn jetzt genau dieses Partizipatory Budgeting, von dem wir hier reden? Next. Für das müssen wir zuerst mal einen Schritt zurück machen. Und jetzt kommt ein kurzer Theorie-Input. Ich weiss, dass viele von euch hier bereits schon sehr gut sind bezüglich SAFE. Dementsprechend werde ich jetzt hier die Geschwindigkeit ein bisschen hoch schalten. Nicht, dass der Nico uns noch wegschläft. Also, hier seht ihr das SAFE Big Picture. Ihr seht den Portfolio Level dort oben. Und um den geht es, weil dort, ihr seht es in grün, ist das Partizipatory Budgeting drin. Aber um diesen Layer besser kennen zu lernen, müssen wir verstehen, was ist genau ein Portfolio. Next. Ja, was ist denn dieses Portfolio? Ein Portfolio managt mehrere Value Streams. Also, ein Portfolio kann mehrere, also eins oder mehrere Value Streams beinhalten, welche eine Solution liefern. Solution ist ein sehr grosser Begriff in SAFE. Das kann so ziemlich alles sein. Also, von einem Flugzeug bis hin zu einem Hörgerät oder auch einer Dienstleistung kann das ziemlich alles sein. Also, diese Value Streams liefern das. Und so ein Value Stream, der kann in einem Unternehmen tatsächlich auch eine Business Unit darstellen, muss aber nicht oder eine Division. Next. Ein Unternehmen kann mehrere solche Portfolios haben. Also, ein grosses Unternehmen hat mehrere Portfolios. Kleinere Unternehmen haben meistens ein Portfolio. Und wenn wir Next klicken, dann seht ihr hier das Zülke-Portfolio. Zülke hat mehrere Portfolios, die wir identifiziert haben. Und eines dieses Portfolios ist das Früchte-Portfolio. Und da schauen wir uns jetzt mal genauer an, was wir da gemacht haben. Also, ein Portfolio liefert immer einen Value Stream oder eben mehrere Value Streams. Next. Aber was ist denn jetzt genau so ein Value Stream? Next. Ein Value Stream ist eine Prozesskette. Also, das heisst, das hat immer einen Trigger. Dann kommen Prozessschritte und hinten kommt dann der Value heraus. Also, dann haben wir wirklich einen Wert, den wir dem Kunden entgegenbringen können. Oben seht ihr die Silos. Ganz häufig ist es so, dass Organisationen, und da ist Zülke nicht anders, in Silos unterteilt sind. Also, einfach in Organisationseinheiten, welche halt entgegen dem Wertstrom aufgebaut sind. Das heisst, ein Wertstrom geht immer über die Silos hinweg. Und es ist wichtig, sich in der Zukunft eben am Wertstrom zu orientieren, damit man eben auch schneller Wert liefern kann. Next. Nun, wenn wir wieder Zülke anschauen, dann haben wir uns neu organisiert. Wir haben die Wertströme identifiziert. Wir haben identifiziert, dass es einen Wertstrom gibt, der Äpfel produziert, einen der Bananen produziert, einen der Zitronen produziert und so weiter. Und wir haben uns entsprechend jetzt organisiert an diesen Wertströmen, damit wir diese Dienstleistungen, diese Lösungen oder was auch immer genau, also besser an den Markt bringen können. Und das ist ein Key-Element, das dort drin ist. Danke. Next. Aber wie budgetieren wir nun? Ganz genau. Next. Nun, was wir nicht mehr haben wollen, sind diese Projekte. Wir wollen wegkommen, dass wir Projekte finanzieren und wollen hinkommen, dass wir diese Value Streams finanzieren. Also weg vom eigentlichen Projekt finanzieren und hin zu sagen, hey, dieser Value Stream bekommt so und so viel Geld. Und wie der genau umgeht mit seinem Geld, das ist dem Value Stream überlassen. Das muss der anhand von den strategischen Themes, die wir auch hier drin sehen, muss der sein Geld einsetzen. Also mehr in Richtung Entrepreneurial Thinking, dass der Value Stream die Verantwortung übernimmt. Next. Nun, wie darauf Zylke appliziert, ist es so, dass natürlich die gesamte Zylke einen grossen Budgettopf hat. Daraus kommt ein Schnitz raus, der für das Früchteportfolio verwendet wird. Und dieser Schnitt wird dann wiederum aufgeteilt auf die verschiedenen Value Streams. Also die Value Streams bekommen dann dieses Budget zugeschätzt. Wir haben natürlich eine Strategie und aus der Strategie haben wir Objective und Key Results abgeleitet. Also das heisst, die Value Streams werden anhand der OKRs, werden sie ihr Geld entsprechend einsetzen, um mehr Äpfel oder mehr Bananen zu verkaufen. Next. Nun, nichtsdestotrotz, wir haben vorher gesagt, dass wir eben nur noch Value Streams machen wollen und keine Projekte. Aber wir brauchen dafür natürlich sogenannte Epics. Und das ist ein wichtiger Bestandteil. Next. Den wir haben wollen. Ein Epic ist eine signifikante Solution, welche wir liefern. Und was wichtig hier ist, ist, Epics sind nicht gleich einem Projekt. Der Hauptunterschied, den ich hier rausschälen will, ist, dass wir bei einem Projekt klare Deliverables haben. Also ein klares Budget, klare Requirements, die abgearbeitet werden müssen und die geliefert werden müssen. Bei einem Epic gehen wir hin und liefern ein sogenanntes MVP. Ein Minimal Viable Product, welches geliefert wird. Und next. Dabei ist wichtig, dass wir ein sogenanntes Epic Hypothesen Statement machen. Und da kommt jetzt der grosse Unterschied zu einem Projekt. Bei einem Projekt haben wir ein ganz klares Ziel, das wir verfolgen. Ganz klare Lieferungen, die wir einhalten wollen. Bei einem Epic gehen wir hin und sagen, hey, wir haben eine Idee, wir haben eine Hypothese. Und diese Hypothese wollen wir validieren. Das heisst, wir gehen hin und definieren, für wen wir das machen, wer ist unser Kunde, was für ein Problem lösen wir. Das ist sehr, sehr knackig, wenn man das macht. Und welchen Business Outcome wollen wir damit erreichen? Und was sind die Leading Indicators? Also mit welchen Indikatoren können wir messen, dass unsere Hypothese validiert wird? Das heisst, wir sind damit in der Lage, so ein Epic sehr, sehr schnell am Markt zu validieren. Und das sind eben nicht die Lagging Indicators, also die irgendwann mal später kommen, sondern eben die Leading Indicators. Mit denen können wir sehr früh überprüfen, dass das Epic eben funktioniert. Also das heisst, wir brauchen solche Epics. Next. Also so eine Epic-Hypothese macht eben, dass wir wissen, dass wir das Richtige liefern und dass das das ist, was der Kunde wirklich will und dass wir da mehr Geld investieren sollten. Next. Das sieht dann so aus. Wir haben natürlich jetzt ein entsprechendes Budget, das wäre hier 100.000 Schweizer Franken, welches verteilt wird auf die verschiedenen Value Streams. Und die Value Streams, die haben jetzt Epics, also Hypothesen, welche Sie am Markt überprüfen wollen, wo Sie etwas ändern am Markt. Eben zum Beispiel Molekularäpfel machen oder blaue Bananen verkaufen. Next. So, Nadine. Wie funktioniert denn jetzt genau dieser Budgetprozess? Weil wir wissen ja jetzt noch nicht genau, wie wir das verteilen, oder? Das ist richtig, Romano. Das wissen wir noch nicht. Und wir wissen ja auch noch nicht, wir als das Team Epfil. Wir wissen ja wahrscheinlich noch nicht, was die Zitronen tolles vorhaben und ob das vielleicht für das Gesamtportfolio besser wäre für die Ausrichtung. Du hast Strategie und OKRs erwähnt. Wichtig zum Erwähnen auch hier, unsere Value Streams, die wir erwähnt haben, auch die müssen sich von Zeit zu Zeit anpassen. Auch die haben nicht immer gleich viel Mehrwert, die sie liefern. Gemäss SAFE ist die Empfehlung, ein Value Stream Budget zweimal im Jahr anzupassen. Ihr seht es auf der Grafik in der rechten Seite. Beispielsweise der hellblaue Value Stream 1 hat für das PI 3, also im Halbjahr, weniger Budget zur Verfügung. Und auf der anderen Seite der grüne Value Stream 4, der erlebt gleich zwei Veränderungen, und zwar von PI 2 zum 3 und auch von PI 3 zum PI 4. Genau somit können wir darauf eingehen, auf die nötige Flexibilität, die wir brauchen im Portfolio. Aber wir kriegen auch die nötige Balance und die nötige Stabilität, damit wir nicht das Budget jeden Monat wieder anpassen müssen. Daher die Empfehlung von SAFE zweimal im Jahr, nicht mehr, nicht weniger. Und genau das tun wir mit Participatory Budgeting. Damit ajustieren wir die Budgets und wir gehen darauf ein, was die Value Streams genau brauchen und wie das Portfolio sich ausrichten will. Wir haben es erwähnt, grundsätzlich entstehen in so einem Raum, in einem Gremium, mehr gute Ideen, als das Budget vorhanden ist. Ihr kennt die Situation sicherlich auch von euren Unternehmen. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam beschliessen, welche Epics unsere Ziele am besten erfüllen und das Portfolio am besten voranbringen. Wir haben das Template Epic gewählt, damit wir möglichst alle nötigen Indikatoren zusammentragen können und die entsprechenden Ideen auch vergleichen können. Weil basierend darauf kann das Portfolio bestimmen, wie genau sie die Budgets anpassen wollen. Und das heisst, so ein Event, der braucht entsprechend natürlich auch Vorbereitung von der Moderation, aber insbesondere auch von den Teilnehmern. Der Grundablauf ist unterteilt in drei Schritte. Und zwar das Vorbereiten der Epics und der Template, die wir gezeigt haben. Beispielsweise auch, um die Leading Indicators zu identifizieren. Dann braucht es unbedingt die richtigen Leute auch am Tisch, effektiv an den Tischen zum Diskutieren und zum Erzählen. Und last but not least ist es auch wichtig zu verstehen, wie das Budget zusammengesetzt ist. Ist das verteilt über verschiedene Zeiträume? Haben wir Konditionen, die es zu erfüllen gibt? Und wie hoch ist denn eigentlich die Budget-Limite, diese Boundaries, die wir nicht überschreiten sollen? Aber ganz von Anfang an eins nach dem anderen. Die Vorbereitung. Wie sind wir denn vorgegangen, um unser Früchte-Portfolio auf das Participatory Budgeting vorzubereiten? Wir haben uns auf der Safe Homepage informiert. Auch ihr habt Zugriff. Wenn ihr Mitglied seid in der Community, findet ihr es unter Implement-Tab. Und mit dem Stichwort Portfolio als SPC erhaltet ihr Zugriff auf das Toolkit. Ihr seht es eingeblendet. Das war unsere Startsituation. Und daran haben wir uns orientiert. Wir haben uns dann entsprechend eine Agenda vorgeschrieben. Ihr seht, das alles hat im Mai stattgefunden. Also das ist brandneu. Wir haben mit einer Introduction-Session gestartet, ganz Anfang vom Mai. Da hatten wir unseren Teilnehmern erklärt, was wir mit ihnen vorhaben und was wir von ihnen erwarten. Ungefähr die Theorie in Kürze, die euch Romano erzählt hat, und noch ein bisschen mehr haben wir unseren Teilnehmern weitergegeben und sie so vorbereitet auf das, was noch kommt am 19., also rund zwei Wochen später. Wir haben Hausaufgaben erteilt, dass die Value Streams ungefähr in den verbleibenden zwei Wochen Zeit haben, sich vorzubereiten. Wir haben den Prozess unterteilt in zwei Schritte, in ein Run-the-Business und in ein Grow-the-Business, da unsere Früchte-Kollegen doch gewisse Aktivitäten bereits am Laufen hatten, die sie nicht einfach so unterbrechen konnten, ohne da Verluste einzufahren. Also vielleicht eine Meetup-Präsentation von der Gruppe Apple, die wollten sie nicht stoppen. Das ist alles Run-the-Business. Wenn sie aber vorhatten, eine gewisse Schulung für die Mitglieder auf die Beine zu stellen, was aber noch nicht gestartet hat, also etwas Neues für diesen Value Stream, das war Grow-the-Business. Die Value Streams haben so entsprechend ihre Epics vorbereitet und sich Gedanken gemacht mit, wie sieht denn unser Plan überhaupt aus? Wir haben für die kalkulatorische Hilfe das Ganze in das Excel-Sheet abgegossen von Safe. Auch da haben wir ein bisschen eine Veränderung vorgenommen, damit es auf unseren Case und auf unsere Früchte-Portfolio passt. Am 19. Mai am Nachmittag haben wir den Event gestartet. Und ihr seht es auf der Folie, der Event war so erfolgreich, wir konnten bereits am Tag danach die finale Budgetverteilung kommunizieren. Wie sieht das in Grafisch aus? Wir haben die Inputs auf der linken Seite, wir haben einen bestimmten Topf an Budget zur Verfügung. Hier in unserem Früchte-Beispiel rechnerisch einfach auf die 100.000 angeglichen. Wir haben unsere Strategie im Kopf. Wir wissen, welche Ziele wir erreichen wollen und wir wissen, welche Epics wir dafür einsetzen wollen. Wir haben die richtigen Leute am Tisch, die Hauptstakeholder von diesen Value Streams. Und jetzt geht es los, damit wir unser Value Stream und unser Früchte-Portfolio entsprechend richtig ausrichten können und als Output diese neue Zusammensetzung umsetzen können. Soweit zur Vorbereitung. Und jetzt sind wir beim 19. Mai. Auch hier haben wir uns selber Gedanken gemacht und unseren Rechthaffen-Agenda verschrieben. Wir haben das aufgeteilt, wie wir das zeitlich in dieser knappen drei Stunden effektiv und effizient nutzen können. Wir haben noch einmal ein Gesamtverständnis in der ganzen Gruppe ermöglicht. Wir haben die Theorie kurz Revue passieren lassen und wir haben noch einmal die strategischen Ziele von unserem Portfolio und die Timeline bereitgestellt. Wir haben dann in zwei Schritten zuerst Run und in einem zweiten Schritt Grow die partizipativ die Budgets diskutiert und zugeteilt. Wir haben uns dazu immer auf einen Pitch verlassen von den entsprechenden Value Streams, wie Sie Ihren Value Stream sehen und so dass die Äpfel auch Ihre Mission und Ihre Ideen den Bananen und den Zitronen vorstellen konnten. So haben wir ein gemeinsames Verständnis erreicht. Wir haben uns aufgeteilt in zwei Gruppen mit den entsprechenden Teilnehmern, so dass wir die Gruppengrösse so haben konnten, dass eine entsprechende Diskussion stattfand. Das haben wir für das Grow wiederholt und uns am Schluss noch einmal zusammengetroffen. Wir haben das gesamte Portfolio reviewt. Wir haben uns einem Confidence Vote unterzogen und um einen Einblick zu kriegen, wie stark wir auch an diese Vision und an diese Entscheide glauben. Wir haben eine kurze Feedback-Info bereitgestellt, damit die Teilnehmer uns entsprechend auch Feedback geben konnten, nachdem sie eine Nacht über diesen Event geschlafen hatten. Wenn wir uns noch einmal zurückbesinnen auf unsere Big Picture, wie wir gestartet sind, mit unserem Portfolio, das die entsprechenden Früchte beinhaltet und die Früchte-Value Streams, die entsprechende Epics vorbereitet haben, die Sie doch sehr gerne jetzt noch umsetzen wollen. Wir haben im Detail dieses Participatory Budgeting Event so durchgeführt mit den Vorlagen von Save. Das Run haben wir genau mit zwei Tischen durchgeführt. Das Wichtige hier ist, dass jeder Tisch das gesamte Budget verteilt. Und zwar nicht nur an die teilnehmenden Value Streams, die am Tisch vor Ort präsent sind, sondern auch an jene, die nicht dabei sind. Das heisst, wir haben zweimal eine komplette Lösung diskutiert. Zum Schluss sind wir wieder zusammengekommen und haben uns auf ein entsprechendes Run geeinigt. Wir haben nochmals Diskussionen geführt und die entsprechenden Votes aus den beiden Teams gehört. Wir haben uns auch eine sogenannte Plan B-Lösung überlegt. Was wäre, wenn wir hier als keine Einigung oder keine gute Einigung im Sinne von Entrepreneurial Thinking erreichen würden? Genau da kommt unser Management ins Spiel. Unser Früchte-Komitee, welches wir ganz zu Beginn von diesem Meetup erwähnt haben. Sollte es keine Einigung geben, haben wir einen Plan B durch einen Entscheid vom Früchte-Komitee. Das heisst, schlussendlich ist jetzt unten rechts am Bildschirm, wir haben von dem ursprünglichen Gesamptopf jetzt einen Teil reduziert, und zwar den Teil, welchen die Value Streams so oder so zu verwenden gedenken, damit sie ihr Business aufrechterhalten können und keine Verluste einfahren mit den bereits geplanten und sich in Planung befindenden Aktivitäten. Wir sind nach dieser Einigung schon zur Halbzeit angetreten. Das Grow war doch noch die letzte Masterstufe. Wir haben so viele gute Ideen in den Epic-Beschreibungen erhalten. Unser Budget hätte nie gereicht. Entsprechend wertvoll waren die Diskussionen an den beiden Tischen. Wiederum haben Romano und ich je die Moderation von einem Tisch übernommen. Wir haben Fragen beantwortet, was jetzt drin ist, was ist denn genau neu und was meint denn der andere Tisch dazu. Auch da war es sehr wertvoll, dass wir uns unserer Planung bewusst waren und dass die Themen entsprechend vorantreiben kommen. Nach der Tischdiskussion kamen wir zusammen und haben das mit allen Stakeholdern am Tisch diskutiert. Wir haben die Vorschläge, die erarbeitet wurden, reviewt und nochmal ajustiert. Sogenannte Schulterschlüsse und letzte Aha-Momente sind auch da noch aufgetreten, wo wir die richtigen ganzen Stakeholders von diesem Portfolio gemeinsam in die Diskussion einbinden konnten. Auch hier hätten wir einen Fallback-Plan gehabt und zwar den genau gleichen wie beim Run. Unser Management, unser Früchtegremium war auch hier vertreten und haben live miterlebt, was das Team diskutiert. Zum Glück haben wir das nicht gebraucht. Wir haben volles Vertrauen in unsere Value Streams und dass Sie Ihr Entrepreneurial-Denken auch anwenden können. Wir haben euch unser Excel mitgebracht, wie das heute aussieht. Ich möchte auch hier noch einmal kurz an den Disclaimer erinnern. Zylke verkauft nach wie vor keine Früchte. Das sind wirklich fiktive Zahlen und ein fiktives Beispiel. Ihr seht hier eine dieser Tischdiskussionen. Oben links, das ist die Gruppe 1, wie die Gruppe 1 das Grow-Budget, die Grow-Ideen diskutiert hat. Wir haben das Excel moderiert und beschrieben. Entgegen der Vorlage von SAFE haben wir in Optionen gedacht. Eine Option, wir finanzieren nur Äpfel. Oder eine zweite Option, wir wollen von allem ein bisschen. Die Teilnehmer haben sich ausgetauscht, verschiedene Optionen diskutiert und sind schlussendlich zu einem Agreement gekommen. Der Vorschlag von Gruppe 1 für Grow ist genau so dann in die Gesamtdiskussion wieder eingeflossen. Und so sind wir schlussendlich zusammengekommen. Wir haben von Gruppe 1 und 2 die entsprechenden Vorschläge in einem Table zusammengetragen. Und ihr seht auf der rechten Seite, es gab doch einige Vorschläge, einige Ideen, Epics, die gar kein Funding erreicht haben. Wo der Epic-Owner sagt, ich unterstütze doch lieber eine andere Früchtegruppe, weil da profitiere ich mit. Das ist Entrepreneurial gedacht, der bessere Weg, als dass wir 50-50 das Budget aufteilen oder generell uns noch weiter verzweigen in unserem Portfolio. Schlussendlich haben wir eine einfache Rechnung durchgeführt. Vom Gesamtbudget geht ein Teil ans Run. Das Übrige wird verteilt auf das Grow. Und das Ziel ist, mit einer schwarzen Null mindestens oder noch ein bisschen Reserve aus dieser Diskussion auszusteigen. Wir haben es geschafft. Auch wir sind mit einer schwarzen Null aus dieser Diskussion herausgekommen. Wir haben entsprechend das so eingereicht und zur Nachbereitung für unser Früchtekomitee aufbereitet. Nach dem Event ist vor dem Event. Es gab dann doch noch einiges zu tun. Es gab die Resultate zu aggregieren, die Investments zu prüfen und zu schauen, ob wir denn jetzt wirklich alle Guardrails, also alle Guidelines eingehalten haben. Wir haben uns zu einer finalen Entscheidung geeinigt. Eine Entscheidung zu was ist Run, was ist Grow und wie sieht unser Portfolio-Budget einheitlich aus. Und dann kommt der letzte Schluss. Das Ganze muss verteilt werden. Das heisst, die neuen Budgets, die müssen effektiv auf die Konten der Früchte-Value-Streams einbezahlt werden. Die Veränderungen, die es braucht, die werden jetzt angetriggert. Und nochmal hier der Verweis, das sind sogenannte Virtual Changes. Also hier ist weder HR noch Rollenteilung involviert. Das bezieht sich effektiv nur auf das Portfolio, also die Virtual Organization, die auch safe stark in den Vordergrund hebt. Bei uns in unserer Situation hat es keine Organisational Changes gebraucht. Das heisst, wir konnten direkt weiterfahren mit dem nächsten Schritt. Und zwar, dass wir mit den Leadern von diesen Value Streams die Kommunikation aufbereitet haben und diesem Change grünes Licht gegeben haben. Stand heute, es ist Juni, sind diese Budgets umgesetzt und die Value Streams arbeiten autonom, gemäss diesen Budgets. Das war ein Kurzabrieb zu unserem April und Mai, was wir gemacht haben, für Participate Rebudgeting bei uns einzusetzen. Weisst du noch, Romano, wir haben viel gelernt. Oh ja, wir haben extrem viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Zuerst wollen wir mal anschauen, was unsere Teilnehmer uns an Feedback gegeben haben, respektive, was sie so in diesem ganzen Participate Rebudgeting gelernt haben. Also, eines der meistgenannten Feedbacks, welche wir bekommen haben, ist die Transparenz, die man plötzlich bekommt. Ich möchte euch erinnern, der vorhergehende Prozess war so, dass man einfach mit der Gießkanne drüber gegangen ist. Das gab natürlich sehr viel Unverständnis, warum jetzt jemand anders mehr bekommt, als man selbst. Hier ist es so, dass man unter den Value Streams nun eine volle Transparenz hat, warum jetzt jemand anders mehr bekommt oder nicht. Also, es entsteht ein tiefes Verständnis dafür, warum das man jetzt zusammen, wir zusammen, das im Prinzip so gemacht haben und warum eben nicht. Und das ist eines der ganz, ganz grossen Vorteile und das wurde auch entsprechend heraus gestrichen. Dann, die ganzen Diskussionen, die waren extrem wertvoll. Die einzelnen Value Streams haben eben übereinander extrem viel gelernt und wir haben auch noch sehr viel über unser Unternehmen gelernt, nämlich über die Strategie und die Objectives und Key Results und welche Epics eben da einzahlen und welche Epics eben nicht in die Strategie einzahlen und dann eben je nachdem kein Funding bekommen. Und das war natürlich auch etwas, ein sehr willkommenes Learning, dass wir da haben und das hat wiederum zu einem tiefen Verständnis dazu geführt, wie dass wir eigentlich die Firma führen und in welche Richtung wir da gehen. Dann, der Prozess, der wurde als gut befunden, schnell und effizient. Ihr habt das gesehen. Das war ein wirklich sehr, sehr toffer Zeitplan, den ihr da gesehen habt. Ein kleiner Tipp von meiner Seite, ich würde das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Warum haben wir so wenig Zeit eingeplant? Aus einem ganz einfachen Grund. Das ist eine Hypothese. Wir sind auch hingegangen, E-Do-on-Dog-Food, Nadine und ich und das Früchte-Komitee sind hingegangen und haben eine Hypothese aufgestellt. Wir haben gesagt, unsere Hypothese ist, dass wir dadurch besser budgetieren können. Die Hypothese hat sich validiert. Wir wollten aber nicht so viel Zeit investieren. Wir wollten auch sehen, ob das funktioniert. Es hat funktioniert. Das nächste Mal werden wir definitiv mehr Zeit investieren, um dieses Alignment sicherzustellen. Aber wir haben natürlich auch Bestnoten bekommen für Moderation. Das liegt natürlich hauptsächlich an Nadine. Danke, Nadine. Dann die Zeit zum Vorbereiten. Das war ein grosses Thema. Ihr habt gesehen, wir haben Ihnen zwei Wochen Zeit gelassen, um diese Epics vorzubereiten. Ich vertrete die Linie, wir hätten Ihnen auch ein Jahr Zeit geben können, um zu vorzubereiten. Sie hätten immer noch gemault, dass Sie zu wenig Zeit hätten. Aus meiner Sicht sind zwei Wochen absolut genügend. Aber selbstverständlich können wir das nächste Mal Ihnen zwei Wochen und einen Tag mehr geben. Wichtig ist auch, dass es nicht mehr Top Down ist. Vorher war es eine Top Down Entscheidung, wo Sie nicht involviert waren. In vielen Unternehmen wird immer gesagt, ihr müsst mehr entrepreneurial denken, ihr müsst viel mehr mit dem Business denken. Hier ist es so, dass wir jetzt die Leute enabled haben und ihnen die Entscheidung überlassen haben, wie sie das Geld verteilen. Das fühlt sich extrem gut an, weil da bekommt man extrem viel Trust. Genau so bringt man Entscheidungsfindung runter zur Basis, also dort, wo die Arbeit passiert. Das wiederum steht hier nicht. Das führt auch zu einem sehr starken Engagement. Die Leute sind viel mehr dabei, weil man hat ihnen Geld gegeben, hat ihnen Verantwortung gegeben, die sind da viel mehr engaged. Was Sie gerne gehabt hätten, wäre ein Meeting vorher, um sich bezüglich den Epics abzustimmen. Das ist etwas, das haben wir aufgenommen. Das werden wir wahrscheinlich einführen, dass wir das Partizipatory Budgeting gleich lassen von der Zeit her, aber dass die Pitches ausgelagert werden und dass wir das in einem speziellen Alignment Meeting vorher machen, wäre ein Tipp auch für euch, das potenziell, wenn ihr das machen wollt, auch zu machen. Das heisst, den Partizipatory Budgeting in zwei Teile teilen und sozusagen ein Alignment Meeting Teil zu machen, wo man die Epics pitcht und sich aber auch gleichzeitig untereinander aligned. Ist eine Überlegung wert, ist etwas, das wir definitiv zurzeit am Diskutieren sind. Und das Excel, ihr habt es gesehen, da waren schon sehr viele Zahlen drin und sehr viele Informationen. Man wünscht sich mehr Informationen da drin. Also vor allem geht es da auch in die Richtung, man will wissen, wie viele Bananen man jetzt ganz genau verkauft und wie viele Orangen und was jetzt genau der Impact von Orangen auf dem Markt ist versus der Impact von Bananen auf dem Markt. Also da wünscht man sich mehr Informationen und was man sich auch wünscht in Zukunft oder jetzt geschaut, wie viel Geld hat man dann wirklich verbraucht. Das gibt auch gewisse Indikationen in Zukunft, wer jetzt wie viel Geld in Zukunft bekommen wird. Ja, das ist das, was die Participants gesagt haben. Overall haben wir eine Rating von 3,5 bekommen, also im Schnitt. Also das heißt, es gab keine, also wir haben eine Confidence Vote gemacht, Fist of Five, sie durften entsprechend abstimmen. Es gab keine Zweier, die meisten waren bei drei und gab es ein paar Vorausreißer bei Vier und bei Fünf. Next. Was sagen wir? Eben die Motivation und der Beien von den Leuten ist extrem key. Also die müssen wirklich dabei sein. Wenn ihr da zu viele Widerstände spürt, dann kommt das wahrscheinlich nicht gut und da müsst ihr Einzelgespräche machen. Was Nadine auch gemacht hat, sie ist auch mit den Paaren von den Value Streams zusammengesessen und hat die Epics mit ihnen zusammen definiert. Also wirklich starkes Begleiten von einzelnen Value Streams ist eine sehr gute Sache. Die ganze Vorbereitung braucht Zeit. Unterschätzt das nicht. Nadine und ich haben da schon noch Zeit investiert. Ein Tipp von mir wir haben auch dieses Excel gemacht und was wir gemacht haben ist wir haben eine Simulation gemacht. Wir haben das Ganze durchsimuliert sind da wirklich hingegangen und haben Zahlen eingesetzt. Das hat uns eine grosse Sicherheit gegeben auch während dem Event das alles funktioniert. von dem her auch ein Tipp von mir macht eine Simulation bevor ihr das mit 14 Value Streams durchführt. Das Time Management ist extrem key. Da muss man natürlich auch hart moderieren. Jetzt müsst ihr euch entscheiden für eine Option. Welche ist es? Geben wir dem Geld oder nicht? Also Moderations Skills sind da gefragt und entsprechendes Time Management. Am besten schaut ihr, dass ihr das Ganze mit Nadine machen könnt. Dann funktioniert das auch entsprechend. Teamwork ist wichtig. Ich würde ein Partizipatory Budgeting Event nicht alleine machen. Ich würde euch das nicht empfehlen, dass ihr das wirklich alleine macht. Sondern macht das immer mit einer anderen Person zusammen. Und dann eben, was uns wirklich sehr stark aufgefallen ist, ist dieses Entrepreneurial Mindset, dass noch viel stärker jetzt da raus gekommen ist. Wir haben ganz viele, also Nadine und ich in den Sessions mit den Leuten haben wir ganz viel Mal den Satz gehört, nee, ich brauche nicht so viel Geld, ich will lieber in Bananen oder in Äpfel investieren, weil das mehr bringt, weil das auch für mich besser ist. Das heisst, dieses unternehmerische Denken, das kam massiv raus und das war wirklich richtig stolz auf die Leute, weil sie nicht im Silo gedacht haben, sondern wirklich aus Unternehmenssicht gedacht haben und gesagt haben, nee, es ist besser, wenn wir in Äpfel investieren, als dass wir jetzt in Birnen investieren. Und das ist ein absolut grossartiges Erlebnis, das ihr haben könnt. Ja, Nadine, habe ich noch etwas vergessen? Nein, das Kompliment kann ich ganz gerne zurückgeben. Es war für uns und auch für die Teilnehmenden eine taffe, motivierende und summa summarum eine unglaubliche Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen, nicht ohne Vorbereitung, nicht ohne Respekt, aber macht's.